...Jungen, die man jeden Tag über sich gehen lassen muss. Ja, ich bezeichne diese Regierung als unsere Angestellten. Sie kann uns viel in einem Mitleid sagen, scheitere Weise, die Freiheit zurückzugeben. Sie gehört uns bereits. Unser Allerfreiheit ist kein Geschenk der Politik, sie gehört uns vom Geburt an. Und wenn unsere Angestellten, die diese Regierung ist, uns die Freiheit üben wollen, ist es, wie wenn ein Angestellter wir den Kampf ergreifen. Ich würde Ihnen sagen.